Ja, hi Alex. Was? Die Leute haben gesagt, das letzte Video wäre fake gewesen. Ich würde niemals so ins Bett gehen und niemals hätte ich einen Bademattel die ganze Zeit bei mir. Dabei weiß doch jeder, wer hier der coolste ist. Jo Daniel, wer ist der coolste hier? Du nicht. Und damit herzlich willkommen zum CrossFit BlueFit Homeboard Nummer 39. Heute wieder eine Coach Challenge. Dafür wollen wir uns gut aufwärmen. Wir machen drei Runden. Acht Toe Touch to Squat, sechs Dog to Cobra und fünf Hop and Drop. Für die Coach Challenge geht es ein Max Broad Jump. Das heißt da auch ruhig mal ein, zwei Sprünge erst machen, um in die Bewegung reinzukommen und dann holt ihr alles raus. Damit ist aber noch nicht geschafft. Final noch ein kleines Workout. Fünf Runden, zwölf Jumping Lunches, sechs Pipe Push-Ups. Ja, da, gerade bei den Pipe Push-Ups, guckt, dass ihr ordentliche Wiederholungen macht. Trotzdem, wo es geht, Gas geben. Viel Spaß dabei. Hashtag Stay Clue und hey, ich bin immer noch der coolste hier.